Das, was Dieter Trieben last night in Sweden, das geht dir ans Herz, macht dir viel Schmerz. Doch dein Wissen international scheint etwas fahl und recht banal. Deine Infos, das sagst du, kommen nicht mal von Yahoo. TV-News sind deine Quelle und das finde ich nicht wirklich helle. Deine Fakten sind nicht tief, eher nur alternativ.